ist dir aufgefallen dass facebook nicht funktioniert und dass du irgendwie schon den ganzen abend nicht whatsapp nachrichten bekommst wie sonst und sie einfach nicht versendet werden können und instagram funktioniert auch nicht dann versuchs mal mit telegramm das hier ist der kanal auf telegramm von wim und von da aus werde ich dich weiterleiten wenn du nicht schon mitglied im club bist telegramm soweit erstmal wir sehen uns drüben